Ja liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Infamous Second Son So, das Auto ist erstmal wieder So, wir müssen ein bisschen aufräumen hier Als nächstes auf jeden Fall Wir wollen ja ein bisschen die Stadt Sicher mal, äh, wieder sicherer machen Wenn mein Fernseher sich nicht ausschalten würde, wäre das viel einfacher Da hinten sind sie wieder mit Demonstrationen dran Okay Haben wir hier irgendwo noch was? Guck mal her Ich muss mal gar nicht hier weg So, bis sie zerstört Ai, ai, ai So So So, noch einer Na komm, äh, wie, was ist das? Noch einer Noch zwei So 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 Den nehmen wir mal mit So, wir haben die Stufe nur noch auf 85% So, ich muss mal den Rauch hier holen So 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 So, die Drohne ist weg. Und plötzlich hat die Stattung nur 46%. So, wir machen natürlich wieder ein bisschen positiv. Ganz aufmerksam. Warte mal. Weil wir wollen ja die gute Variante spielen. Und wie gesagt, ich werde die Leute überzeugen. Ey, wir sind gar nicht mal so übel. So, das Eichhörnchen hier nochmal fertig. Definitiv. So, nur noch 40%, liebe Leute. So, wir sind die Drohne. So, wir müssen die Dinger holen. Noch 38%. Ja, wir arbeiten uns jetzt gerade auf die 30% und dann müssen wir so... Oh, da oben. So, die Drohne ist schon mal down. Und, weil sie sind so nur 37%. So, was müssen wir hier machen? Die versteckten Kameramissionen. Okay, die ist da also irgendwo. Die müsste aber dann eigentlich hier oben sein. Und ich vermute, dass es diese ist. Und nur noch 30%, liebe Leute. Und wir haben fast die Drohne. Wir haben fast alles weg. Wir können jetzt das Telefonsymbol nutzen, um das Viertel auf unsere Seite zu bringen. Die Viertelfinalkampf-Vision ist verfügbar. Das UP verliert die Kontrollen bis Viertel und gerät Verzweiflung. Provenzieren Sie in den Finalkampf, wir nehmen Sie die Propaganda und klar mit Tafeln verunschalten. Entschuldigung. An der öffentlichen Niederlage wird das UP-Dauer auf der Screen-End vertreiben und ihrem Schnellreisenetzwerk ein Ziel hinzufügen. So, haben wir dann hier noch. Ja, theoretisch können wir das hermachen. Wobei ich dann eigentlich gerne noch hier das Viertel hier machen würde. Also das Ding noch machen würde. Wir haben da übrigens noch eine Drohne. Die fliegt da oben rum. Hab sie. Nur noch 28 Prozent. Dann mal hier noch. Ein Audio-Protokoll. Und wir haben noch einen... Hier hinten ist nämlich noch ein Checkpoint. Hey, 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 hey. Hey. Hör mal. So, der ist Geschichte. Hier vorne muss er... Tippkommt, sagen. Tippkommt. Kann ich noch mal hier. Tippkommt. Tippkommt. Muss ich noch mal hier. Tippkommt. So, die Scherben wegnehmen. Und da muss noch einmal eine andere sein. Super. Und Queen-Anhaltung haben wir nur 40%. Da muss immer noch ein Audio-Botokal liegen, da hinten. Das werde ich mir noch schnell holen. Okay. Und wie genau soll das aussehen? Ich kann Ihnen helfen, das Audio-Botokal von innen heraus zu zerstören. Aber Sie müssen spüren, jemandem etwas zu verraten. Sollten Informationen in Ihnen bekannt werden, bin ich erledigt. Werde mich sofort kalt machen. Sie sind der Einzige, der aufdecken kann, was Augustin mit den Computers macht. Sie sind der Einzige, dem ich zutraue, das hier bis zum Ende durchzuziehen. Gut. Sagen wir, ich spiele erstmal mit. Was wollen Sie? Ich habe Ihnen ein Programm aufs Handy geschickt. Damit finden Sie meine Berichte. Sie müssen Sie suchen, anhören und weiterkämpfen. Äh, Mist. Ich muss aufhören. Also gut. 65 Meter, 50 Meter. Das muss hier vorne irgendwo liegen. Also der Rauch, okay. Das muss hier vorne liegen. Das war schon immer Ihre Mission, nur Terroristen zu verhaftet, um die Welt zu beschützen. Darin war sie so gut, dass die Regierung sagt, das DOP wird nicht mehr gebraucht. Ich sage nun, Kleiner, ich möchte im Moment nicht mit der Regierung tauschen. Augustin ist das DOP. Zu sagen, das DOP wird nicht mehr gebraucht, heißt Augustin wird nicht mehr gebraucht. Eine Kompi-Ding. Schlimmer noch, es ist ein Fulverfass, das nur auf einen Punkt wartet. Und eine Schuhe mit Sie. Gut. Dann haben wir das doch. Haben wir noch irgendwas gerade außer die... Länder? Und dann sind wir durch. Aber dann können wir nämlich jetzt den Boss machen. Hammer. Hammer. So, die zwei Leute sind raus. Hör mal. Sicher? Irgendwo läuft da noch ein Verdächtiger rum. Ich weiß ja nicht wo. Da! So, Drogen die verhindert. Die sind schon kaputt, die Typen. Wir sind auch schon wieder kaputt. Und jetzt holen wir uns den Final-Boss-Kampf. Okay. Okay. Ich bin hier. Genau. Okay. So, bis wir beginnen. Dann haben wir das erste Viertel im Bild. So. So, ich könnte ja eine Bombe sehen, aber die will ich eigentlich mir ungern. So, dann machen wir das nochmal kurz komplett. So, ich kann es nicht mehr sehen, ob ich es nicht mehr sehen kann. So, ich kann es nicht mehr sehen. So, ich brauche deswegen mal Autos, weil ich mit dem Raketen... Ich muss jetzt mal die Carita zerstören. So, Geschichte. So, wo ist der Abelman oben oder was? So, ich kann es nicht mehr sehen. 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 So. 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 Dann können wir uns jetzt langsam um Gebiet Nummer zwei kümmern, aber das würde ich machen, machen wir dann in der nächsten Folge bei Let's Play Infamous. Bis dahin und Tschüss. Bis dahin und Tschüss.